Peter Fischer über den Abgang von Philipp Kostic und das Fehlen im UEFA Supercup gegen Real Madrid. Wenn du einmal die Chance hast, im Supercup gegen Real Madrid zu spielen, nicht gegen die Wetterau. Vor 500 Ländern, die das Spiel irgendwo gucken und machst es nicht, dann merke ich doch, wie versaut das Geschäft am Ende des Tages ist. Es tut weh.